Oh, mir ist der Nintendo sammelt seine letzte Kraft. Und jetzt alles oder nichts. Alles oder nichts. Die scheiß Jahre dauern mir zu lange, echt ey. Ja, dies war Sasa strittet. Das ist der Sommer. Da, 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 da. Dies war. Da. The dog. Und los, 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 los. Ja, aber jetzt kommst du nicht durch. Das Tor ist offen. Da, 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 da. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh scheiße, meine Armee ist tot Das habe ich nicht gewusst Ach scheiße, ich habe verloren Scheiß Weltwunder, ey, es geht in auf den Sack Ich könnte auch ein Weltwunder bauen, aber das bringt gar nichts Jetzt rennt durch, ey Aber mir reicht es jetzt mit dem So feige, echt, ey, mit einem Weltwunder gewinnen So feige Echt, ey, so feige Spielregeln Spielregeln Ich könnte mir jetzt auch hier ein paar Kanonentümer bauen und dann sagst du Oh scheiße, ich mag die nicht Oh scheiße, ich mag die nicht Oh, wie billig, echt, ey Warum? Na Weltwunder Ja, das sind die Spielregeln beim Standortspielen Ja, ich könnte auch schon 1000 Weltwunder bauen, oh nee Ist doch keine Spielregel, Weltwunder Ist überhaupt keine Spielregeln Wenn du mal hier den bei den Weltmeisterschaften zuguckst Die bauen da überhaupt kein Weltwunder Weil die überhaupt keine Zeit haben dafür Und weil das einfach nur feige wäre Einfach nur so Weltwunder hinbauen Naja Naja Leute, das war's von mir und mit dem Nintendo Wir sehen uns dann nächstes Mal Tschüss